Herzlich willkommen in der DVFA und herzlich willkommen im ZFA-Credit-Analyst. Herr Schweier, ich möchte Sie an dieser Stelle nochmal ganz herzlich begrüßen. Wie sind Sie denn auf die DVFA gekommen und warum haben Sie sich für den CCRA entschieden? Ich bin durch meinen Arbeitskollegen auf die DVFA und auf den Kredit-Analysten gestoßen. Er hat mir natürlich ein bisschen Erfahrungswerte mitgeteilt. Ich habe mich dann aber selber auch auf die Suche begeben, was gibt es alles im Bereich Credit. Ich habe aber dann feststellen müssen, dass es eben im Bereich Credit relativ wenig Angebot gibt. Und die Punkte, die bei Ihnen an Kredit-Analysten angeboten werden, sind ja doch sehr vielfältig. Und das hat mich eigentlich überzeugt. Herr Schweier, Sie sind Teilnehmer der Präsenzvariante. Warum haben Sie sich denn für die Variante entschieden? Welchen Vorteil versprechen Sie sich davon? Ich finde, die Präsenzvariante hat mehr Vorteile gegenüber der Online-Variante. Man kann hier vor Ort direkt mit den Professoren oder mit den Vorträgern sprechen, aber als auch natürlich zu den anderen Teilnehmern. Man kann ein bisschen networken, man kann bei Rückfragen natürlich gleich eingehen, man kann hier Beziehungen knüpfen, also natürlich Freundschaften. Deswegen finde ich das sehr wichtig, dass man hier auch Präsenz zeigt. Herr Schweier, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine spannende DVFA-Zeit und natürlich einen erfolgreichen Abschluss Ende Juli. Dankeschön. Danke.